nationaler fahrzeug wir werden den bus als ich bricht nehmen nice und es ist dunkel auch geil so auf und auf auf und auf auf und auf passt aus und los oder auch nicht kann ich mir gar nicht vorstellen dass nachts mehr leute den bus nehmen als üblich also als üblich vielleicht schon aber werden trotzdem nicht viele sein schätze ich mal wozu mir das hin machen hoppala ich bin gespannt die fahrer das jetzt hier nicht ist boah sind jetzt viele busse hier von uns holla die waldfeder das wird eine türme verspätung eine fahrt tag standard drucken danke ich brauche eine fahrkarte woche standard zwei stück ich denke ich brauche mehrere fahrkarten einzel standard zwei dann gehen wir mal was durchgucken na klar man sieht hier gar nicht das licht doch an na klar hier augenblick na klar hier wo habe ich denn wie oft wollen sie die denn noch sehen na klar Jones das ist dunkel ich seh nichts noch mal물ilen entsammte verschwinden so zack durch und zu und rechts lang nächster halt join schweigen hoffen dass das eine erfolgreiche Tour wird Oh nein! Hä? Warum will er... Jetzt wollen wir tatsächlich Leute raus? Eine Fahrkarte bitte Es hat doch keiner drauf gedrückt Es ist ja wohl Leute raus, wenn sie nicht raus drücken Eine Fahrkarte bitte Einzelstudent drucken Ich brauche eine Fahrkarte Eine Tagesfahrkarte Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Ich brauche Student drucken Danke Warte Hey Scheiße, ach du heilige Scheiße Was passiert dann? Okay, gut dass wir so einen Großen vorhaben an Zeit Fischgrund Können wir ja etwas gebrauchen 5 Minuten Obwohl 5 Minuten sind ja doch schon viel Das ist halt doch schon viel Das ist halt doch schon viel Was ist denn jetzt hier passiert? Was ist denn jetzt hier passiert? Das war eine影片 So chr Ach, leck mich, dreckige... Ja, da schiebe ich jetzt aber die Schuld mal wieder auf diesen Rotz mit dem Upload gerade, weil ich deswegen halt gerade nicht auf den richtigen Bildschirm geguckt habe. Deswegen nehme ich den Schlag auch einfach mal mit, weil warum auch nicht? Gibt's ja eh nicht mehr. So, für Pluspunkte kann man gar nicht einfahren, um die zwei Minuspunkte da wegzukriegen. Drei. Oh Gott. Na gut, dann willst du halt demnächst halt wieder so vonstatten gehen, dass ich keine Streams davon mache, sondern einfach Aufnahmen mache. Vorteil für euch, die Qualität ist dann besser. Nachteil, man kann dann eben nicht schnacken. Nächster Halt, Fischgrund. Sehr pünktlich, danke. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte? Zumindest für einen ordentlichen Zeitraum. Also wenn ich merke, dass dieses Problem nicht mehr besteht, dass das Insight-Dinge weggeht ab und zu mal, dann probieren wir es einfach nochmal. Dann vielleicht einfach nur just for the fun. Meine Fahrkarte bitte. Dann probieren wir einfach nur irgendwas. Ohne Sinne Verstand, aber... Ach. Klar. Aber ja. Augenblick. Äh, dir. Was? Ach so. Hier. Gott, oh Gott. Sie haben meine Fahrkarte schon... Da, auf den Blicken. Ich habe ihn meine... Wie oft wollen sie... Ich dachte ich hätte... Hier. Oh. Hier ist die Fahrkarte. Und hier ist die Fahrkarte. Und hier. Ja, und hier ein Bild von meiner Katze. Hier ist die Fahrkarte. Hier. Hier. Wie oft wollen sie dir denn noch sehen? Ich will die so oft sehen, bis du... Vielleicht, dass ich jemanden auf die Seite jetzt schon mal gesehen habe. Nächster Halt. Arbeitergasse. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Gott, oh Gott. Das ist echt komisch. Moment. Wo ist mein Hut hin? Okay, was heißt... Bessere Qualität? Also klar, bessere Qualität wird da sein, weil... jeglicher Frame-Einbruch würde dann halt nicht pixelig sichtbar sein. Prinzipiell gesehen könnte die Qualität auch von den Livestream-Aufnahmen, nenn ich es mal so, könnte sie auch besser sein, aber scheinbar will das Internet nicht. Und das Internetbild auch bei niedrigeren Dings nicht. Und der Upload ist da. Das steht schon mal fest. Also... Die... Die... Also der Upload wäre da. So, sagen wir es mal so. Also in Form von Video Uploads sind mit dem benötigen Speed da. Mir ist heute nicht nach Arbeit. Fahr doch! Ich will eben nicht noch 10 Jahre stehen. Meine Fresse. In der letzten Folge kam endlich raus, dass Hans eine Zwillingsschwester hat. Christine. Du bist aber nicht mehr up to date. Das ist aber schon Ewigkeiten her, dass es rausgefunden wurde. Eine Fahrkarte bitte. Die Folge ist schon steinhalt. Danke. Bitte. Oh, es nervt echt, wenn man für eine ausländische Firma arbeiten muss, obwohl hier Feiertag ist. Wunderbar, will ich raus? Nö. Hä? Gottes Willen, was passiert denn das hier gerade? Nächster Halt, Haftbahnhof. Ich frage mich ja, ob solche Zufalls-Event auch doppelt sein können, sprich dass man sowohl Rush Hour als auch einen Feiertag hat. Das wäre brutal. War das ein äh ... Geist? Nein, das war nur äh ... 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 Autofahrer die Rot gefahren. Das mein ich ... Nächster Halt, Hauptbahnhof. Hey, lange nicht gesehen. Wie war dein Urlaub in Sunny Springs? Oh, es war genial. Bis dann. Den ganzen Tag nur sightseeing und shoppen. Eine Fahrkarte, bitte. Ich denke, ich werde meinen nächsten Urlaub abholen. Eine Fahrkarte. Danke. Ich brauche eine Fahrkarte. Tag, Standard. Okay. Danke. Meine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Okay. Wo hab ich denn... Sie haben meine Fahrkarte. Hier ist die Fahrkarte. Ich habe Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Na klar. Hier. Wo hab ich... Hier. Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Wie oft wollen Sie die denn noch sehen? Hab ich Ihnen schon... Na klar. Hier. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon... Na klar. Ich hab Ihnen meine Fahrkarte schon gezeigt. Geil. Letztlich ein Glückwunsch. Schade, hast du mir noch mal gezeigt. Dann brauchen wir ein Löchchen. Ja, hallo. 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 U-Tour machen? Du kommst zur Party im alten Sägewerk, oder? Na klar. Das war sogar trotzdem noch knapp. Dass die Ampeln hier immer auf dieser Seite sind. Ja, dass man die nie sieht. Das war's. Ich glaube, dass die Ampeln ist zu spät. Die anderen würden mich über Rohre, genau. Auf Rohre und springen, bevor wir da sind, oder? 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 Okay. Easy. Nächster Halt. Arbeitergasse. Ich brauche noch eine Fahrkarte. Ja, ich fühle immer einen Rollstuhlfahrer, wenn man die vorhin hat, ne? War ja letzte Tour auch so. Danke. Ich frag mich, ob es immer so ist. Ich hätte gerne ein paar Fahrkarten. Zwei Schnellfahrkarten. Danke. Ich brauche einige Fahrkarten. Tagesfahrkarten. Ab zum Fischgrund. Nächster Halt. Fischgrund. Ich freu mich schon auf den ganzen Tour mit dem Belenkenbus. Uuuuuhh. Warte, der Ernst hat wegen dieser Person da vorne, die da drei Kilometer die Straße angefangen hat zu, äh, vorteilend. Ich dachte, was soll ich meinen? Aber ich finde das schön, wie auch das Stadtbild sich mit den ganzen Bussen einfach so schön verändert hat. Es hat einfach eine ganz komplett andere Atmosphäre geworden. Nächster Halt. Fischgrund. Wiedersehen. 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 Eine Fahrkarte, bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Ich brauche einige Fahrkarten. Einige. Oh, okay. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte, bitte. Eine Studentenfahrkarte. Eine Studentenfahrkarte. Okay, ich kann ja mal gerade so gucken. Äh. Alter. Westerhalte. Westschweiche. Nicht euer Ernst. Hä, das Fahrzeug ist doch nicht mehr da, oder? Doch, ist noch da. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Hey, hast du die letzte Folge von Winter der Leidenschaft gesehen? Na klar. Ich hätte ja nie gedacht, dass Hans sowas tun würde. Ja, ich würde mal sagen, wir stecken hier fest. Also einfach, weil die KI sich nicht hier... Doch. Hä? Okay. Das gleiche Ignore. Warten wir bis hier über die Straße geht. Gut, dass wir so ein so großes Plus an Zeit haben. Da können wir uns... Genau. Gerne mal in den Spaß. Anschauen. Ach, die Ampeln müssen dann auf der anderen Seite sein. Man sieht halt einfach nichts. Was? Ich glaube, meine Fahrkarte ist abgelaufen. Warte einen Sekunden, was? Idiot. Scheiße. Ja, genau. Wir sind doch schon wieder bei dreieinhalb Prozent. Also... Nintendo ist einfach scheinbar Kacke. Oder was auch immer dafür sorgt, dass es Kacke ist. Weil Upload ist eigentlich immer stabil. Also, wenn ich ein Video hochlade... Da dümpelt halt immer... Plus, Minus... Max rum. Wenn da jemand glaubt, dass er in der Fahrkarte nicht gültig ist... Dann werden wir irgendwann zwischen... Oh, schön, angenommen mal durch den ganzen Bus durchlatschen. Oh, ich hasse die ganze Zeit. Ich komme irgendwie immer genau dann, wenn es spannend ist. Ach, Upload. Gestern war es super. Ich war nachmittags im Schwimmbad und habe dann die ganze Nacht den alten Sägewerk Party gemacht. Ach, du Glückspelz. Ich musste gestern arbeiten. Mh, machen wir das jetzt schon? Oh, ich komme bald meine Haltestelle. Nö, wir gehen weiter. Ich müsste mal wohin. Tut mir leid. Irgendjemand männlich ist. Sie hat keine Karte. Oder glaub, die ist abgelaufen. Deswegen muss ich... Oh Gott. Einmal kurz durchlatschen. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja sogar einigermaßen pünktlich. Das ist ja sogar einigermaßen pünktlich. Nächster Halt. Nächster Halt. Westspeichel. Und bevor der jetzt... Oh. Ja, okay. Dann schlag ich jetzt auch. Dann ist es halt so. Wechseln ist. Bis dann. Ja, ja, bis dann. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Danke. Bitte. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Aber sicher doch. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Schön wie viele gerade weggezahlt haben. Alles nicht Tackle. Nächster Halt. Ostspeichel. Endstation. Bitte alle aussteigen. YOLO. Nächster Halt. Ostspeichel. Endstation. Bitte alle aussteigen. Easy. Tschüss. Warst du gestern auf dem Konzert im alten Sägewerk? Die Band hat ausgesehen, als würden sie schlafen. Furchtbar. Äh, äh. Mühe haben wir gleich noch einen. Und werdet ihr damit verordnet? L esfuerze ich. Lass uns noch ein bisschen mehr am Ende. Wenn es ein paar mehr so ist, dann wird es reißen. Und dann wird es nicht mehr über Gemüse... Das ist eine jeslinge. Das ist eine sehr wunderschön. Der Schleck wurde viele Rettung... Schleck wurde im Unterk Randy. Der Schleck wurde einen Schlem. Die Schleck wurde etwas in der Schleck. Die Schleck wurde in der Schleck. So. Gucken wir mal. Müll. Müll. Ein Müllmeer. Geht doch. 19.000, okay. Ja gut, Erfahrungspunkte. Ein ordentliches Plus. 159.000 haben wir diese Woche eingenommen. Nice. So, dann warten wir mal, bis sich das hier verändert. Hervorragende Arbeit, ganz wie ich erwartet hatte. Der Hafen gehört nun euch. Viele der Arbeiter dort werden sich bestimmt freuen, dass sie sich zukünftig auf den öffentlichen Nahverkehr verlassen können, der sie morgens pünktlich zur Arbeit und abends sicher wieder nach Hause bringt. Ich konnte die Stadtverwaltung davon überzeugen, dir einen weiteren Bonus anzubieten, wenn du die Wohngebiete erfolgreich mit dem Hafen verbindest. Oh, und sie überlegen, ob sie Westfield und Mayheim für den öffentlichen Nahverkehr öffnen sollen. Das weißt du aber nicht von mir. Weiß ich nicht von mir, okay. Zum Meer, Zugang zum Hafen. Westliches Gebiet wird wahrscheinlich dann das hier sein. Oh, Westfield und Mayheim, dann haben wir auch noch was. Hafenstadt, äh ne, Kehrstadt. Äh, okay. Ist das der Hafen? Okay, das ist ja... Hafenverwaltung. Ist ja schon ein Gebiet, was äh, ja... Nicht großartig groß ist, äh... Westlicher Bezirk wird das sein und das wird dann auch nur überlegt. Da bin ich ja mal gespannt, wie das hier unten aussieht. Ach, Hafenstadt, da ist ja schon wieder Kerststadt. Äh, das ganze werde ich dann aber... Ohne was wir machen müssen scheinbar, äh... Das ganze dann im nächsten Video, äh, ich hoffe es hört euch... Moment. Was müssen wir machen? Nutzer Fahrer, Nutzer Fahrer, Nutzer Fahrer, Nutzer Fahrer, Nutzer Fahrer. Okay. Jeder meiner Fahrer müssen wir nutzen. Vier Stück. Äh, wir brauchen mal 480.000. Gut, dann kaufen wir uns die Busse dann nach der nächsten Tour. Alle Haltestellen von Port Amber. Holy shit, okay. Mindestens, vier mindestens, vier mindestens. Okay, das wird noch sehr interessant. Äh, vielleicht kriegen wir da auch endlich mal unsere 5-Sterne-Tour. Äh, alles weitere dann im nächsten Video. Ich hoffe es hat euch... Trotz der technischen Probleme gefallen. Ähm... Ähm... Jo... Denn, äh, bis... Demnächst und demnächst vielleicht auch wieder mit einem, äh, äh, anderen Test, äh, dem einwanderen Test-Stream, beziehungsweise... Ein Test-Stream mit einem etwas anderen Game. Mal gucken. Mach's gut, äh, und bis zum nächsten Mal. Jo... Ok, mach's gut. Da erst mal. Mach's gut. 22 22 21 23 Loch W... 2 Bis zum nächsten Mal.